Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und ich habe heute, ja, man kann es nicht anders sagen, eine Legende hier im Studio. Er kann sich am besten gleich selber mal vorstellen, aber mal ein paar Key Facts. Er hat mehrere Champions hervorgebracht im Bereich Bodybuilding. Er ist selber absoluter Fitness-Experte. Er war auf dem Kilimanjaro ganz oben drauf, dieses Jahr auch schon auf dem Mount Everest unterwegs. Und ja, er wird heute mal mit mir ein bisschen darüber sprechen, was er eigentlich alles macht, was seinen Ansatz so besonders macht, warum er es schafft. Wirklich, wir haben Fließband-Champions zu produzieren und ja, was man letzten Endes vielleicht auch braucht, um solche Bergexpeditionen zu machen und alles, was dazugehört. Ich glaube, wird super spannend. Niki Bra alias Nikita Uliwitschenko ist heute bei mir im Studio. Freue mich. Ruben, danke dir. Schön, dich wiederzusehen. Es ist eine lange Zeit. Wann haben wir uns das letzte Mal wieder gesehen? Physisch, bei der Baulig-Party haben wir uns gesehen. Ich meine, wann war unser erstes Interview? Das war ganz am Anfang, als das Gewinnermagazin noch ganz jung war. Das ist fast drei Jahre her. Das ist schon fast drei Jahre. So schnell vergeht die Zeit. Ja, da hast du dir einiges getan. Erzähl vielleicht mal in deinen eigenen Worten, ich weiß nicht, dich als Fitness-Coach zu beschreiben, ist glaube ich richtig, aber irgendwie auch viel zu wenig. Oder erzähl mal ein bisschen, wie würdest du dich selbst beschreiben? Ich sage immer eins. Also bei mir geht es um Gesundheit, um Fitness, um wenn jemand ein Wehwehchen hat, wenn irgendjemand ein gesundheitliches Problem hat, dann ist er bei mir sehr gut aufgehoben. Wenn mich jemand fragt, ja wen betreust du denn überhaupt? Weil viele Leute sehen natürlich die ganzen Bodybuilder und die ganzen Profisportler, weil das natürlich immer sehr fancy aussieht. Aber im Grunde helfe ich von Bodybuildern bis schwangeren Frauen und schwangere Bodybuilder-Frauen. Das heißt, alles durch den Gemüsegarten, weil meiner Meinung nach ein Mensch ist ein Mensch und die Gesundheit ist die Gesundheit. Und man muss sich jetzt nicht unbedingt auf deutsche, schwangere Frauen fokussieren, weil, wie gesagt, im Grunde, wenn man es geschnallt hat, hat man es geschnallt. Ja, also deswegen, ich mache wirklich, habe sehr, sehr viele verschiedene Fälle demnach gesehen. Also ich helfe jedem bei Gesundheit, bei Ernährung etc. Okay, also einfach seine Gesundheit zu optimieren. Man nennt dich auch, habe ich ganz vergessen zu sagen, über den ganzen Superlativen, oh Gott, Frau und uns. Warum, wie ist der Spitzname entstanden? Wo kommt das her? Ja, so haben mich die Leute, also so nennen mich die Leute oder haben mich in Internetforen damals vor so zehn Jahren angefangen zu nennen, weil ich mich sehr gut mit Hormonen auskenne. Also mein Ansatz ist folgender, dass viel mit Blutwerten gearbeitet wird, beziehungsweise die Wichtigkeit von Hormonen einfach fokussiert als Ansatz genommen wird, weil, meiner Meinung nach, ist das die Grundlage, weil heutzutage die meisten gesundheitlichen Probleme entspringen daraus, dass die Hormone nicht richtig eingestellt sind und daraus kommen dann Wehwehchen und irgendwelche gesundheitlichen Probleme dann zustande und wenn man das Problem an der Wurzel praktisch anpackt, dann kann man Probleme eben lösen, statt immer nur Tabletten, Tabletten, Tabletten draufzauern, wie die meisten Ärzte das machen. Bei mir ist das so, man muss jetzt nicht unbedingt Blutwerte direkt machen, um zu starten, aber der Ansatz ist so, wenn da irgendeine heikle Situation vorliegt oder irgendein komplexer Fall, dann ist das normale Vorgehen, dass man erst mal checkt, okay, was geht ab im Blut, was geht ab im Körper und dann wirklich zielgerichtet wird dann das Ganze behandelt mit Ernährung, mit Lifestyle, mit Training. Ja, erzähl vielleicht mal ein bisschen, das ist ja auch eine Thematik so in der Bevölkerung und du berichtest ja auf Instagram immer auch sehr viel darüber, so, dass einfach irgendwie die hormonelle Situation sich tendenziell immer weiter verschlechtert bei vielen Leuten. Woher kommt das eigentlich? Also woher kommen diese Irrtümer oder warum sind viele Leute da auch so schief quasi gewickelt mittlerweile? Erzähl mal einfach mal so, wo kommt das her? Viele Faktoren natürlich von und bis, also die Lebensmittelindustrie, die Produkte werden immer schlechter, die Zutaten werden immer schlechter, dann gesellschaftliche Aspekte und es geht eigentlich schon von Kindesalter an los, dass den Kindern wird in der Schule nichts über Ernährung beigebracht und in den Medien, was man da vorgestellt bekommt, stimmt auch nicht immer, sondern meistens sogar noch absolut kontraproduktiv. Also es hat sehr, sehr viele Faktoren, das kann man jetzt nicht nur auf eins reduzieren, deswegen heutzutage leider alles im freien Fall, es gibt immer mehr Probleme und es hat sehr, sehr viele verschiedene Ursprünge, wo das herkommen kann. Es gibt ja auch sehr, sehr viele verschiedene Probleme, also fangen wir an bei Frauen, die die Pille nehmen, was jetzt nicht so top ist, bis hin zu praktisch Männern, die sich mit bestimmten Lebensmitteln einfach kastrieren, weil die Lebensmittel sind halt so hormondrückend. Und sowas gibt es auch, das unterschätzen viele Leute. Viele Leute folgen irgendwelchen Agendas, fühlen sich dabei gut, weil es gibt ja Placebo-Effekt und Hype, dass wenn man eine bestimmte Sache folgt und Teil eines Trendes ist, fühlt man sich gut, weil man irgendwo zugehört, aber allerdings, wenn man schwarz auf weiß die Blutwerte sieht, was bei dir in der Gesundheit und im Blut und im Körper abgeht, das interessiert den Körper nicht, was für eine Agenda du folgst oder wem du folgst, wem du nicht folgst. Blutwerte zeigen halt alles, dann ist alles transparent. Dann sieht man das Ergebnis oder die Reflexion vom Lifestyle oder von der Auswahl, die diese Person hat, sieht man dann im Blut, egal wie hip jetzt ein Trend ist. Ja, jetzt schauen ja hier auch viele Leute zu, die unternehmerisch aktiv sind, die also dementsprechend Leistung auch brauchen, weil letzten Endes fit sein, leistungsfähig sein ist halt auch eine Umsatzgröße letzten Endes. Wer eben um 17 Uhr keine Verkaufsgespräche mehr führen kann, weil er zu müde ist oder so, der lässt natürlich auch Geld liegen am Ende des Tages, kann nicht mehr so gute Entscheidungen treffen. Was kann ich tun, wenn ich jetzt ein Unternehmer bin und ich brauche meine Leistung, was würdest du jemandem vielleicht einfach mal, ich meine klar, es ist immer ein Einzelfall, aber was würdest du generell mit auf den Weg geben, worauf sollte ich vielleicht achten, damit ich mit Power und Drive durch den Tag komme und gut Umsatz machen kann, gute Entscheidungen treffen kann? Also man muss das Problem an zwei Fronten angreifen. Warum sage ich das? Weil man hat einmal die kurzfristige Zeit, die man spart oder die man effektiv ist, das heißt, wie du sagst, ich kann zum Beispiel jetzt statt 20 Calls oder statt 5 Calls kann ich 20 Calls machen, das heißt, du hast X4, du hast das Ganze vervierfacht, bist effektiver geworden, hast entweder Zeit gespart oder mehr Geld gemacht oder mehr Türen geöffnet, mehr Optionen, allerdings gibt es da noch die zweite Front, das ist, wie lange du überhaupt lebst, weil du kannst Top-Unternehmer sein und 40 Jahre alt sein und Millionen verdient haben, aber wenn du dann irgendwelche Wehwehchen bekommst, musst du das ganze Geld wieder für die Gesundheit ausgeben. Deswegen mein Motto ist da eigentlich, dass Prophylaxe ist immer günstiger als Therapie, also das sage ich immer allen, also Prophylaxe immer günstiger als Therapie, vor allem, man spart sich Nerven, man spart sich Energie, man spart sich Zeit, man gewinnt Zeit, weil man gewinnt Lebenszeit, du lebst länger und gesundheitliche Probleme sind einfach gesundheitliche Probleme, da kann man nicht immer einfach Geld draufschmeißen, das Problem ist gelöst, manche Sachen sind auch nicht mehr reversibel. Deswegen als Tipp vielleicht, wie du selber sagst, ist natürlich eine individuelle Geschichte, es gibt Regeln bei der Ernährung, was man gar nicht machen sollte, was man auf jeden Fall machen sollte und vielleicht eine Grauzone, wo man tendenziell eventuell Sachen machen sollte, je nach Situation. Was ich aber jedem an die Hand geben kann, ist einfach mal zu überprüfen, weil Prophylaxe ist einfach günstiger als Therapie und wenn man Blutwerte macht, wenn man seine Organe untersucht, wenn man einfach Parameter von seiner Gesundheit immer mal abcheckt, dann egal wem man folgt, weil dann hat man Sachen schwarz auf weiß, das ist dann nur Datenverarbeitung, dann sieht man, aha, gibt es da Steine in der Niere oder nicht, wie funktioniert mein Herz, wie ist meine Lunge und so weiter. Das heißt, egal wer wem vertraut, wer wem folgt, ist einer vegan, anti-vegan, Fleischfresser, nicht Fleischfresser, spielt gar keine Rolle, weil im Endeffekt kommst du aufs Ergebnis an, was bei dir im Körper abgeht und das muss man abchecken. Was geht denn ab im Blut? Was geht denn ab bei deinem Organ? Was geht denn ab bei deinem Hormon? Wie schaut es denn aus? Und da kann man oft frühzeitig erkennen, wenn da was passiert. Bevor ein Nierenstein so groß wird, ist es erstmal klein und den sieht man halt schon und so muss man da vorgehen und vor allem als Unternehmer hat man normalerweise die Kapazitäten, das Ganze auch zu bezahlen, weil das ist natürlich auch eine Geldsache. Man muss da jetzt Geld drauf schmeißen. Man kriegt zwar irgendwelche über die Kasse eventuell Basic-Sachen, die kriegt man umsonst, aber wenn es um die Gesundheit geht, lohnt es sich schon ein Upgrade zu machen, damit man eben alles sieht und relevant für Unternehmer, weil die haben oft diese Möglichkeit, wirklich sehr, sehr gut den Körper zu überprüfen, egal, wem er folgt, was er macht und so weiter. Ja, ja. Auf jeden Fall und ich glaube, du bist auch das beste Beispiel, dass wenn man es dann auch wirklich ernst nimmt und das Ganze diszipliniert durchzieht, dass man dann zu ganz krassen Ergebnissen kommt. Also hier drüben steht er auch, kannst du mal gerade einmal reingreifen. Du hast heute dein Award bekommen, 250.000 Euro Monatsumsatz und du machst das solo tatsächlich und du machst das solo gut, auch wenn man sich deine Bewertung anguckt, das ist krass. Wie viele Kunden betreust du parallel? Dieses Jahr habe ich 1.000 geknackt, also ich befinde mich immer noch um die 1.000 plus, minus 20. Es ist halt alles 1 zu 1, der Ruben weiß Bescheid. Deswegen, ich muss das über den Preis regeln. Der Preis geht hoch und dann klappt nicht immer, es kommen immer mehr Leute. Aber nichtsdestotrotz, wenn man halt mal sieht, so das Umsatzniveau, 1.000 Leute parallel betreuen und das solo und das auf einem guten Niveau, dafür musst du ja extrem fit sein, also auch leistungsfähig sein. Und da sieht man schon, was möglich ist, wenn man es wirklich am absoluten Optimum macht. Aber ich glaube, selbst wenn man schon im Kleinen anfängt, dann geht da schon einiges. Gibt es denn irgendwas, du hast jetzt gerade eben gesagt, so das will ich dir jetzt doch noch entlocken, dass es Sachen gibt, wo man einfach pauschal sagen kann, die sind definitiv scheiße. Hau mal irgendwie so zwei, drei Sachen raus, wo du jetzt sagen würdest, also das lasst bitte sein, vielleicht gerade bei Unternehmern irgendwie, wenn man jetzt den Tag nur auf Red Bull übersteht oder so, ist ja vielleicht so ein Ding oder was gibt es so für Dinger, die du wirklich häufig siehst oder sagst, also das besser wirklich einfach komplett aus dem Kalender streichen. Also wenn es jetzt um Unternehmer geht, ja, das heißt vor allem Unternehmer. Nummer eins Fehler, was sehr, sehr viele machen, generell Unternehmer oder Leute, die im Office arbeiten, in Unternehmen, Kaffeekonsum ist natürlich Hardcore da normalerweise. Da steht die Kaffeemaschine und erstmal fängt man an mit einem Kaffee am Tag und dann sind es zwei, dann sind es vier, dann sind es 16 und so weiter. Also Kaffee unterschätzen sehr, sehr viele, weil es ist eine potente Stimulanz und ich mache das mit meinen Kunden so, dass Kaffee gecycelt wird. Bedeutet, du hast zum Beispiel ein Event, du hast zum Beispiel eine harte, intensive Arbeitswoche, dann kann man den Kaffee so legen, dass er dir genau in dieser Woche hilft. Du bist so schon über Ernährung, über Lifestyle, über Training auf 100% und der Kaffee bringt dich dann auf 150%. Kaffee ist ein sehr, sehr potentes Mittel, ist ein sehr, sehr gutes Werkzeug, wenn man es denn richtig benutzt. Du willst da keine diminishing returns haben, wo du Kaffee so konsumierst, dass du statt von 100 auf 150 gehst, was Performance Enhancing ist, also Leistungssteigerung, so muss das eigentlich sein, wie das bei den meisten Leuten ist. Die sind auf 40% und bringen sich über Stimulanzen wie zum Beispiel Kaffee auf 100% oder 90%, was dann Kompensation ist. Bedeutet, die kompensieren Fehlentscheidungen in der Ernährung und im Leben und im Training mit einer Stimulanz, was dann natürlich sich in einer schlechten Gesundheit ausdrückt in der Zukunft. Also es ist nicht so, dass wenn du jetzt eine Woche Kaffee trinkst, dass du dann umkippst oder so, wobei da gibt es auch Fälle, deswegen in manchen Ländern Energy Drinks erst ab 18. Warum? Weil die Kinder zocken dann am PC, ein Monster, zwei Monster, drei Monster und dann kippen die um mit einem Herzinfarkt mit 14. Solche Fälle gibt es, deswegen Kaffee und Stimulanzen sehr, sehr unterschätzt, machen sehr, sehr viele falsch und wenn man es dann aber richtig macht, dann gibt es halt eine wirklich sehr, sehr krasse und sehr, sehr potente Leistungssteigerung, die dann wirklich wirkt, aber auch keine diminishing returns hat, also keinen Schaden. Wie dann zum Beispiel irgendwie zentrales Nervensystem wird beschädigt oder Herz oder Dehydrierung und so weiter. Das heißt Kaffee Nummer eins bei Unternehmern im Office. Vielleicht zweitens schlechte Planung mit der Ernährung, dass es immer schnell gehen muss, wobei das relativ einfach gelöst wird, wenn man einfach seine Mahlzeiten preppt, also zum Beispiel zu Hause vorbereitet für die nächsten paar Tage, dann portioniert. Weil meistens ist das so, dass die Leute aufgeschmissen sind und nicht wissen, egal ob die jetzt ein gutes Verständnis für Ernährung haben, die wissen einfach nicht, wo kriege ich meine nächste Mahlzeit her, wo bestelle ich jetzt bei Uber Eats oder wo bestelle ich jetzt hier, wo kriege ich meine nächste Mahlzeit her. Das ist für die meisten unklar. Das heißt Vorplanung, dass generell einfach genug Essen da ist, weil die meiste Energie muss aus dem Essen kommen. Woher kommt die Energie sonst? Also die kommt nicht einfach so aus der Sonne in dich rein, sondern man muss schon essen. Und die meisten Leute wissen gar nicht, wo kommt überhaupt meine nächste Mahlzeit her. Also das sind schon so die Top 2 bei Unternehmern oder, weil die haben halt wenig Zeit, ist halt so. Aber es lohnt sich eben, diese 5-10 Minuten Planung und Vorbereitung des Essens zu investieren, um dann konstant 100% Energielevel zu halten, ohne das dann mit Kaffee dann zum Beispiel zu kompensieren. Das sind die Top 2 bei weitem. Okay, okay. Jetzt bist du, ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, im Business ein echter High-Performer im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast dir aber, glaube ich, jetzt seit diesem Jahr, hast du dir quasi noch ein High-Performer-Hobby dazugeholt. Du bist jetzt unter die Expediteure gegangen. Erzähl mal ein bisschen, was steckt denn dahinter? Also warum läuft man, wo warst du überall? Du warst irgendwie an der Antarktis. Genau, also ich habe einen Weltrekord aufgestellt. Ich war der Erste, wessen erster Berg Mount Winston in der Antarktis war, was der höchste Berg ist in der Antarktis. Ein sehr, sehr gefährlicher Berg. Den haben weniger Leute bestiegen als den Mount Everest sogar. Mount Everest ungefähr so 9.000, Mount Winston in der Antarktis so ungefähr 1.200. Da bin ich auch so reingerutscht. Das heißt, ich wurde spontan gefragt, hast du Bock? Ich habe gesagt, ja, ich habe Bock. Dann bin ich echt in eine Bubble gelandet dort mit absoluten Profis. Also da waren alle wirklich, alle hatten Everest hinter sich, alle hatten die krassesten Berge hinter sich. Und dann sitzt man am Tisch, bevor man in die Antarktis fliegt, in Chile, und dann fragen die, ja, und was war denn, wie lief deine letzte Saison? Ja, Everest zweimal, das dreimal, das fünfmal. Und dann bin ich so an der Reihe, ja, Jungs, ich habe keine Ahnung. Ich wurde nicht eingeladen. Ich war schon auf der Zugspitze. Genau, selbst Zugspitze war ich nicht. Ich war irgendwo im Skilift, irgendwo maximal auf ein paar Tausend Meter Skifahren. Aber die haben sich gewundert, wie wir nehmen jetzt jemanden mit, der gar keine Ahnung hat. Also die haben sich Sorgen gemacht, weil da oben kann man echt abkratzen. Und da bin ich halt reingerutscht und habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass das ein Hobby ist, beziehungsweise eine Aktivität, die wirklich absolut maximal deine Persönlichkeitsentwicklung boostet und pusht. Also ich habe sehr viel Leistungssport in meinem Leben gemacht. Ich arbeite bis an mein Limit. Das heißt, ich bin oft an mein Limit gegangen. Aber da habe ich eine Sache gefunden, die wirklich maximal, maximal mental dich fordert und körperlich. Da oben hast du keinen Sauerstoff. In der Antarktis waren es fast minus 70 Grad. Ich als Neuling niemals in den Bergen. Da muss man schon pushen. Das heißt, da habe ich gesehen, für Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, wenn man solche Expeditionen hinter sich hat, man kommt vom Berg runter und man relativiert das ganze Leben dann. Also alle Problemchen, die du dann hast, erscheinen sehr, sehr klein, im Gegensatz zu den Problemen, die man dann in den Bergen hat, wenn man keinen Sauerstoff mehr bekommt. Also für die Persönlichkeitsentwicklung ist das echt extrem. Und man nimmt aus den Bergen sehr, sehr viele Sachen mit, überdenkt sein ganzes Leben, kommt aus den Bergen definitiv immer als besserer Mensch runter. Und da kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Deswegen nach der Antarktis dachte ich mir, okay, was war das jetzt? Was ist hier passiert? Und dann habe ich gesagt, okay, man hat so viel Adrenalin, man hat so viel mitgenommen. Es sieht natürlich alles auch noch wunderschön aus. Da fragt man sich, okay, wann ist das nächste Mal? Und dann gab es Nepal, Mount Everest und dann mit Raoul Plikat, mit einem guten Freund von mir, waren wir dann Kilimanjaro jetzt vor zwei Wochen. Das heißt, Raoul genau dieselben Sensations wie ich. Meinte, ich habe noch nie was Krasseres gemacht für Persönlichkeitsentwicklung, Mindblow, ich komme vom Berg runter, ich bin ein ganz anderer Mensch im positiven Sinne. Das heißt, man macht selber persönlich so viele Upgrades. Aus dieser Woche zieht man für sich raus, dass das echt unfassbar ist. Also wirklich unfassbar. Okay, krass. Also man merkt, wenn man es auf so einem Niveau macht, dann ist es, sagst du ja schon, auch für die Persönlichkeit einfach ein ganz, ganz krasses Update. Was mich auch interessieren würde vielleicht in dem Zusammenhang, du hast ja auch mit sehr, sehr vielen Champions zusammengearbeitet. Also es sind ja Bodybuilding-Champions bei dir in der Regel. Jetzt, glaube ich, gerade dieses Jahr sogar noch einen neuen Titel geholt. Kann das sein? Genau, also dieses Jahr haben wir Men's Physik Deutschland geholt. Aber ich fokussiere mich nicht nur auf Bodybuilder. Das kann man immer so schön vorzeigen, wegen Vorher-Nachher-Bildern, wie krass die dann aussehen. Aber ich arbeite generell mit sehr, sehr vielen Profisportlern generell zusammen. Also von und bis, da sind wir Fußball, Champions League, Basketball, UFC, also Fighter, Boxer, also da arbeite ich auch mit absoluten Profis, ist mittlerweile nicht mehr ein riesiger Anteil. Früher war das prozentual von meinem Klientel, vor zehn Jahren war das so, habe ich mich eher darauf spezialisiert. Jetzt, die Profisportler sind so vielleicht ein, zwei Prozent von allen. Also es sind immer noch über 30 Leute, könnte ich jetzt aufzählen. Aber was würdest du sagen, was mich jetzt vor allem mal interessiert, wenn du dich ja auch begleitest über die Zeit und du hast ja auch Bodybuilding-Fälle, da habe ich gesehen, das sah vorher nicht aus wie Bodybuilding-Fälle, also gar nicht so. Es ist ja nicht so, als ob du jetzt irgendwie da die letzten zwei Prozent gemacht hast, sondern da sind ja Leute dabei, die hast du ja von null aufgebaut quasi, auch in anderen Bereichen. Wie verändern die sich? Welches Mindset oder welches Vermögen an Durchhaltewillen muss man eigentlich haben, um dann wirklich wie auf den Gipfel quasi so diesen letzten paar Meter noch zu gehen? Wie hast du das erlebt? Was macht das mit Leuten, wenn die so eine krasse Entwicklung durchmachen? Ja Ruben, das ist eine sehr gute Frage, weil meiner Meinung nach Sport verleiht Disziplin. Und deswegen meine Meinung ist, man sollte, wenn man ein Kind hat, direkt früh das Kind zum Sport schicken. Weil dann erfährt das Kind, dass man ehrgeizig sein muss, wenn man was gewinnen will. Dann kriegt das Kind eventuell einen Winning Moment, dass er sagt, okay, ich trainiere jetzt fünfmal die Woche, habe dann Samstag ein Spiel, mache fünf Tore und gewinne. Das prägt einen fürs Leben, dass man weiß, okay, um jetzt mein Tor, was auch immer das dann später im Leben ist, ob es jetzt Business oder Uni ist, um fünf Tore jetzt, also metaphorisch zu schießen, muss ich jetzt fünfmal die Woche trainieren. Also ich muss meine Übungen machen, um meine Tore dann später zu schießen. Das heißt, genauso natürlich im Profisport. Diese Leute, die Profisport machen, die haben schon so eine Disziplin installiert. Die haben schon so einen Ehrgeiz installiert. Die haben diese Winning Moments erlebt, dass die wissen, okay, wenn ich jetzt hier Arbeit reinstecke, dann kriege ich meinen Reward. Und deswegen diese Leute, die dann switchen zum Beispiel von Sport zum Unternehmen. Das heißt, die Leute haben dann schon die richtigen Mindsets, die haben alle Blockaden gelöst, die wissen, okay, ich muss jetzt nur noch Gas geben und dann kriege ich meinen Reward am Ende. Genau dasselbe bei den Bergen, nur halt noch krasser. Weil jetzt stell dir vor, du bist sechs Tage in einer Expedition und das ist kein Komfort. Wir haben da mit Raoul noch ein paar Witze gemacht. Wir haben gesagt, wir waren in Dubai noch eine Woche, wir waren schick essen, wir sind First Class geflogen, wir sind Lambus gefahren. Zwei Tage später mussten wir schon in den Busch auf die Toilette gehen. Das heißt, dann sechs Tage natürlich nicht im Komfort. Regen, Schnee, Hagel, minus 20 Grad, das volle Programm. Nur für zehn Minuten Spitze. Das heißt, du investierst viel und hast dann intensive zehn Minuten. Das heißt, was das mental macht, ist, du bist bereit, Arbeit reinzustecken in eine x-beliebige Sache, die dir wichtig ist, um wirklich einen kleinen Erfolg selbst da rauszukratzen. Du bist mental dazu bereit und Berge ist dann natürlich das Nonplusultra, weil wie gesagt, du riskierst sogar dein Leben. Ja, also dir kann jederzeit ein Stein auf den Kopf fallen vom Berg und das war's. Ja, das ist auf jeden Fall, ich habe ja letztens diese Doku gesehen, diese Seven Summits, glaube ich, heißt die. Fourteen Peaks. Ja, ja. Mit dem war ich in der Antarktis zusammen, mit Nims. Also wir waren zusammen in einer Gruppe, wir sind zusammen hochgegangen. Das heißt, wie du siehst, ich war da mit den Besten der Besten, mit den Craziesten, die es gibt, war ich da. Das heißt, wirklich sehr, sehr spannend war das. Ja, bekloppt. Erzähl mal gerade, jetzt wollte du das auch gerade gesagt hast, aus der Kindheit heraus halt einfach zu so einem Sportler, zu so einem Leistungsträger ranwachsen. Das war ja auch bei dir so, wenn ich mich richtig entsinne. So, erzähl doch nochmal gerade. Wie bist du eigentlich zu Niki Bra geworden quasi, der kleine Nikita damals? Wie lief das an? Also ich habe sehr, sehr früh mit Sport angefangen. Mein erster Sport war eigentlich Taekwondo. Da wurde ich so von meinen Eltern reingeschoben, mehr oder weniger. Mochte es eigentlich nie, aber selbst da war ich sehr erfolgreich. Meine Liebe war immer Basketball. Basketball haben die bei uns nicht angeboten für elf-, zwölfjährige. Das heißt, ich bin dann zum Handball gegangen, zu der Sportart, die ungefähr gleich ist. Also man hat einen Ball, es ist ein Teamsport, Taktik, Strategie. War im Handball sehr erfolgreich. Ich bin dann westdeutscher Jugendmeister geworden. Und dann, als die für mich Basketball angeboten haben, bin ich dann natürlich direkt zu Basketball geswitcht und war sehr, sehr erfolgreich in der Jugend. Bin nie Profi geworden, weil ich keine zwei Meter bin, aber war da immer sehr, sehr erfolgreich. Und das hat mich natürlich sehr geprägt. Diese Disziplin konnte ich und diesen Ehrgeiz konnte ich dann später, wie auch jetzt, in mein ganzes Leben darauf übertragen. Ja, krass. Und wie kam dann eigentlich die Coaching-Geschichte? Also haben Leute einfach gesehen, was du bei dir selber für Ergebnisse hast und wie du selber da performst und haben dich dann gefragt? Oder wie ist das zustande gekommen, dass du jetzt auch so ein krass großer Coach bist? Also die Ersten kamen natürlich aus dem Bekanntschaftskreis, da war ich erst 16. Das heißt, bald, nächstes Jahr, jetzt in sechs Monaten, mache ich das Ganze schon exakt 15 Jahre. Das heißt, es ist schon echt eine lange Zeit. Natürlich war das jetzt nicht so ein Ausmaß wie jetzt, aber da könnte man sagen, hatte ich schon meine ersten Leute, die ich betreut habe. Und das waren auch Jugendsportler, die gesagt haben, ich brauche unbedingt deine Hilfe, weil ich will XYZ erreichen. Und so ging es los. Und die wurden dann sehr erfolgreich, das hat sich rumgesprochen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde das Ganze, ja, public machen. Und da kam direkt ein Ansturm. Also direkt, wo ich gesagt habe, ey Leute, ich biete jetzt sowas an. Ich habe noch die allererste Liste, habe ich noch auf meinem PC. Direkt am ersten Tag hatte ich schon so circa 18 Kunden waren das. Also direkt innerhalb der ersten 24 Stunden. Natürlich war das nicht so in diesem Ausmaß wie jetzt und nicht in so einem Detail. Und mein Wissen ist natürlich von Jahr zu Jahr ist immer besser geworden. Aber ich hatte schon praktisch seit Tag eins, waren die Leute sehr interessiert daran, mit mir zu arbeiten, weil die wussten, okay, der Junge hat Ahnung und der hat selber drauf. Weil ich war sehr erfolgreich im Sport, in der Schule, in der Uni. Das war immer das, was ich gemacht habe, habe ich immer mit voller Disziplin, mit vollem Ehrgeiz gemacht. Die Leute haben das gesehen und wollten mit mir da zusammenarbeiten. Das heißt, direkt von Tag eins ging es eigentlich direkt los. Ja, und du hast dich ja dann auch noch krass weitergebildet. Du hast, glaube ich, Maschinenbau studiert. Habe ich das richtig im Kopf? Bauingenieurwesen habe ich studiert, aber da wurde ich auch eher so gepusht. War aber trotzdem gut. Sonst Biochemie. Also Biochemie ist dann natürlich wieder der Hormonpart, der wissenschaftliche Part, ist natürlich die Grundlage meiner Arbeit. Bauingenieurwesen hatten mir natürlich auch im Endeffekt sehr geholfen, um jetzt zum Beispiel Trainingsmechanismen zu sehen. Das heißt, wenn du mir jetzt ein Trainingsvideo schickst, wie du eine Ausführung machst an einer Maschine, kann ich dir besser als jeder Fitnesstrainer erklären, was du falsch machst. Weil ein normaler Fitnesstrainer, der war nicht an der RWTH und hat Mechanik 1 und 2 geschrieben. Und Dynamik. Das heißt, das sind die absoluten Grundlagen, um die Winkel zu verstehen, wie die Kraft langläuft, wo die Spannung ist, wo irgendwelche Winkel nicht optimal sind. Welcher Fitnesstrainer hat irgendwie Bauingenieurwesen studiert? Wahrscheinlich die wenigsten. Das heißt, selbst da konnte ich Sachen mitnehmen. Also war im Endeffekt trotzdem wichtig, obwohl mir das ehrlich gesagt gar keinen Spaß gemacht hat. Also es ist super krass. Und es gibt ja noch so viel zu dir erzählen, so viele Sachen, die du noch gemacht hast jetzt. Heben wir uns vielleicht mal für einen zweiten Teil auf. Aber vielleicht mal generell so jetzt. Wir sind ja jetzt gerade Jahresende 2022. Es geht in 2023 rein. Ich habe Fotos von der Baustelle gesehen auf Social Media. Erzähl mal so ein bisschen, was kommt nächstes Jahr? Was hast du noch so vor? Also ich plane wieder meine Bootcamps zu restarten, weil ich habe das schon damals gemacht. Will das Ganze jetzt upgraden. Deswegen habe ich jetzt zwei Baustellen, wo ich eine Winterlocation, eine Summerlocation habe. Natürlich purer Luxus, purer Service. Und da werden meine Kunden die Möglichkeit haben, offline auf Seminare zu kommen, wo ich dann zum Beispiel in einer Woche komplett Biochemie-Crash-Kurs mache, zusammen trainiere, zusammen einkaufen, essen und so weiter. Das heißt, das volle Programm. Und das wird dann richtig crazy nochmal gerestartet. Sogar noch besser als von vor zwei Jahren, wo es schwierig war zu reisen. Deswegen musste man eine Pause hinlegen. Und das Ganze ist auch in Kooperation mit Ritz Carlton. Das heißt, ja, das wird also super luxuriös und super fancy und super spannend und super schön sein. Deswegen, da freue ich mich drauf. Also erste Halbzeit 2023 sollte schon die erste Runde losgehen. Okay, ja krass, sehr gut. Wer das verfolgen möchte, Social Media Profile und so weiter, werden wir natürlich alles hier drunter verlinken. Du hast auch einen YouTube-Kanal, wo dann so Vlogs von den Expeditionen kommen und so weiter. Packen wir natürlich auch drunter. Und die Webseite, da der Preis bei dir immer hoch geht, ist jetzt schwierig, deine Prognose zu treffen. Aber es soll auf jeden Fall bei dir ja so besser schnell dabei sein und dann eben auch natürlich davon profitieren, als am Ende später, wenn es dann wieder höher gegangen ist. Also lohnt sich auf jeden Fall. Packen wir alles hier unter das Video drunter. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du nochmal hier in der Ecke bist, dann machen wir nochmal Teil 2. Klar, gerne. Allein schon eine Zusammenfassung vom nächsten Jahr, da wird ja wieder so viel passieren. Gerne. Immer wild unterwegs, alles klar. Niki, danke, dass du hier warst. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.